Ihr wollt auch so einen krassen Hamburger, der euch übertrieben viel Leben und übertrieben viel Stamina gibt? Dann passt jetzt gut auf. Moin moin, ich bin der Finch und ich zeige euch jetzt, wie man den Kochtopf richtig benutzt, was selbst kreierte Rezepte sind, wie man sie anwendet, was für Effekte sie haben und ob sie sich am Ende überhaupt lohnen. Bevor ich jetzt anfange, euch zu erklären, wie ihr die Rezepte erstellt und was sie euch bringt, hier noch ein paar kleine Infos vorab. Zum einen, wenn ihr noch keinen ARK-Server habt, auf dem ihr spielen könnt, joint noch gerne unseren Community-Server. Wir haben vor, einen Cluster-Server daraus zu machen, sobald Scorch Earth erscheinen wird. Aktuell befindet sich unser Server in der Testphase, es kann ganz normal drauf gezockt werden, werden aber jederzeit Änderungen vorgenommen, bis wir damit zufrieden sind und wir besprechen auch alles zusammen mit der Community. Mir persönlich ist ein großes Anliegen, dass wir einigermaßen freundlich zueinander bleiben. Ich meine, wir alle wissen, wie ARK ist, ja, Trash Talk etc. Alles cool und alles schön, aber es soll in dem humanen Bereich bleiben. So finden ist der Server ganz einfach. Gebt in der Suchleiste einfach RTR ein und dort findet ihr ihn auch schon. Weiterhin werdet ihr unten im Video alles per Timestamps finden. Also die Leute, die jetzt nicht das ganze Video schauen wollen, sondern nur gewisse Informationen sich rausziehen wollen, können das gerne machen. Einfach unten im Video in der Leiste gucken. Fangen wir jetzt damit an, wie macht ihr überhaupt erstmal diese Rezepte. Zuallererst, wie ihr jetzt im Hintergrund seht, klickt ihr einfach auf die Note und craftet euch ein paar. Danach fügt ihr eins dieser Rezepte, dieser Lernrezepte, unbeschriftet wohlgemerkt, fügt ihr jetzt entweder in den Kochtopf oder auch in den Industriekocher ein. Danach legt ihr dort eure Beeren, euer Fleisch, was auch immer ihr benutzen wollt, legt ihr dort ebenfalls mit rein. Die Menge könnt ihr dann später nochmal am Rezept alles variieren. Ebenfalls ist hier ganz kurz wichtig anzumerken, dass ihr nur bis zu acht Gegenstände mit dem Rezept sozusagen einfügen könnt. Und weiterhin sollte man hier erwähnen, Medikamente und vorgefertigte Gerichte können nicht eingefügt werden. Darunter zählt unter anderem auch Bier. Bier zählt als Medikament. So, mal ganz nebenbei. Das heißt, im Groben, ihr könnt alle Beeren reinschmeißen, alle Fleischsorten, alle Dinge, die ihr anbauen könnt und Honig. Ebenfalls könnt ihr Pilze und auch seltene Blumen einfügen. Seid ihr euch dessen bewusst und habt das getan, klickt ihr jetzt unten auf den ersten Button. Disable Autocraft. Das ist ein Tooltip-Fehler. Ihr macht damit jetzt in diesem Fall den Autocraft nicht aus, sondern kommt in die nächste Maske, was ihr jetzt seht, und zwar euer Rezept. Dort könnt ihr jetzt ganz normal auswählen, wie viel möchtet ihr hinzufügen und so weiter und so weiter. Je mehr ihr hinzufügt, desto mehr Leben könnt ihr durch das Rezept erhalten, beziehungsweise desto stärker wird euer Rezept. Hierzu erzähle ich aber später auch nochmal was. Wichtig ist jetzt hier eigentlich nur zu wissen, dass jegliche Optionen erstmal irrelevant sind. Ihr könnt jetzt auswählen zwischen Essen und Trinken. Eigentlich haben diese beiden Dinge nur zwei verschiedene Aspekte. Das eine gibt euch Food, das andere gibt euch Trinken hinzu. Die Werte zwischen Health und auch Stamina etc. sind überall gleich. Also dahingehend ist das völlig irrelevant, was ihr eigentlich auswählt. Ich persönlich würde immer Trinken wählen, einfach auch aus dem Grund, egal wo ihr Stim-Berries mit reinschmeißt, geht euer Trinken nach unten. Wenn ihr es aber kompensiert und andere Beeren dazu schmeißt, könnt ihr euer Trinken erhöhen und damit diesen Negativ-Aspekt von den Stim-Berries auf Null setzen oder sogar als positive ändern. Das macht die ganze Sache einfach angenehmer. Das Essen hat in meinen Augen keinen größeren Nutzen, aber dazu erzähle ich später auch nochmal was. Wählt jetzt hier einfach eure Farben aus, worauf ihr Bock habt. Das ist eigentlich auch völlig irrelevant, aber für PvE-Spieler vielleicht ganz interessant. Und danach klickt ihr rechts unten auf Mache Rezept und schauen, ob ihr das Rezept in eurer Tasche. Die Ressourcen könnt ihr dann wieder aus dem Kochtopf nehmen, also die bleiben euch sozusagen erhalten. Nun legt ihr das Rezept und die gebrauchten Ressourcen wieder in den Kochtopf. Habt ihr Auto-Craft aktiviert, wird ihr euch jetzt permanent dieses Rezept immer wieder Auto-Craften. Habt ihr es deaktiviert, müsst ihr es natürlich manuell craften. Soviel erstmal dazu zu der grundlegenden Erstellung von Rezepten und wie ihr sie craftet. Bevor jetzt alle losstürmen und sich so ein überkrankes Rezept, wie ihr im Hintergrund seht, craften wollen, haltet ihr mal kurz inne, denn das Ganze hat natürlich auch einen Haken. Diese HP und auch die Stamina-Anzeige, die ihr jetzt hier seht, die ist bedingt halt nur richtig. Das Ganze ist nämlich eigentlich gecappt und zwar von ARK selbst gecappt. Ihr könnt maximal eine Regeneration in Nahrung, Wasser und Ausdauer von 1,05 Punkten erhalten. Mehr ist nicht möglich. Das ist ein bisschen mehr, als ihr halt sowieso regenerieren würdet, aber es ist weniger, als ihr Stimberries regenerieren würdet. Also ich beziehe mich jetzt mal auf alles, jetzt hier nur auf HP und auf Stamina, weil Nahrung und Trinken ist in meinen Augen ziemlich irrelevant. Demzufolge ist das nur ein zusätzlicher Boost. Das heißt, auf gut Deutsch, egal wie viele Stimberries ihr in ein so ein Rezept reinballert, ihr könnt nicht mehr als 1,05 Punkte zusätzliche Stamina regenerieren. Bei der HP sieht das ähnlich aus. Bei der HP gibt es zwar so einen Indikator nicht zu 100%, zumindest habe ich keinen lesen können. Allerdings könnt ihr jetzt hier im Hintergrund sehen, ich habe es mal so ein bisschen ausgetestet, je mehr ich halt reingeschmissen habe, desto mehr Heilung kriege ich eventuell, dachte ich zumindest. Aber das ist nicht der Fall, denn ihr könnt maximal euren normalen Heilspeed, wenn ihr jetzt nicht angegriffen werdet und so weiter, der auf in etwa 0,5 steht, könnt ihr auf 0,9 erhöhen mit einem Rezept. Das heißt, auf gut Deutsch, diese Rezepte sind kein Ausgleich für ein Madbrew. Madbrew werdet ihr immer noch benötigen. Ihr könnt sozusagen nichts Besseres craften. Was ist jetzt so cool an diesen Rezepten? Es ist halt Auslegungssache, würde ich sagen. PvE-Spieler von euch könnten folgenden Effekt daran sehen. Spielt ihr auf der Map Scorch Earth, die zum Beispiel bald kommen wird, und dort habt ihr permanent Durst, ist es mega nervig, die ganze Zeit Wasser dabei zu haben. Demzufolge wäre es dort natürlich übelst praktisch, sich so krasse Rezepte zu machen, die euch sehr, sehr, sehr viel trinken geben. Denn dieses Trinken kriegt ihr so lange, beziehungsweise alle Effekte erhaltet ihr so lange, bis ihr voll seid in der Nahrung oder im Trinken, je nachdem, was ihr gerade zu euch genommen habt. Im Umkehrschluss bedeutet das, ihr könntet theoretisch jetzt nur gesehen, könntet ihr alle eure Skillpunkte in Trinken reinballern. Und wenn ihr jetzt ein so ein Rezept zu euch nehmt, würdet ihr die Bonis die ganze Zeit erhalten, bis euer Trinkenleiste voll ist. Dasselbe natürlich dann bei Nahrung. So, aus dieser Perspektive ist das auf jeden Fall über Zeit gesehen ein ziemlich geiles Buff-Food. Gibt einfach zusätzliche Stats. Im PvP ist das halt natürlich ein bisschen schwierig. Dort skillt man Nahrung und Trinken natürlich gar nicht. Und ich wage nicht nur zu behaupten, im PvE macht man das auch nicht, aber egal. Dort habt ihr Food und Trinken relativ schnell voll. Allerdings muss ich hier dazu sagen, ihr regeneriert A über Zeit, permanent Nahrung und Trinken und erhaltet halt trotzdem zusätzlich ein wenig Lebensregeneration und ein wenig Stamina-Regeneration. Ihr könntet also sagen, jo, ich haue jetzt hier ein paar Fleischstückchen und ein bisschen Stim-Berries in ein Rezept rein, damit ihr das Cap, was erreichbar ist, erreicht. Und jetzt pfeift ihr euch dieses Essen rein, wenn ihr wieder Low-Food oder Low-Trinken seid. So habt ihr permanent eine gute Ausdauer-Regeneration und eine gute Lebensregeneration, beziehungsweise auch die beste in diesem Moment, außerhalb von Mad Brew. Wenn ihr Raiden geht zum Beispiel, könntet ihr dann so ein Essen- oder Trinken nebenbei reinschmeißen. Seid einfach von den Stats her minimal besser als eventuell eure Gegner. Ob das jetzt wirklich spielentscheidend ist, ich glaube es nicht, aber das wäre eine Anwendungsmöglichkeit. Die zweite Anwendungsmöglichkeit, die ihr benutzen könnt, seht ihr jetzt im Hintergrund. Und das finde ich persönlich eigentlich mit am coolsten. Und zwar, ihr könnt das Ganze eurem Dino füttern. Die Lebensregeneration triggert bei eurem Dino leider nicht. Ihr könnt damit jetzt nicht irgendwie eure Schildkröten, die ihr gerade gelevelt habt, ein bisschen schneller heilen lassen oder so, ohne ein Schwein, indem ihr einfach nur dieses Essen da reindrückt. Das geht leider nicht. Allerdings ist die Stamina-Regeneration deutlich erhöht. Und besonders bei Fliegern könnte das ganz relevant werden. Ihr könntet zum Beispiel permanent ein so ein Essen in eurem Dino haben. Seid ihr jetzt irgendwo unterwegs und seht, kacke, ich werde es wieder nicht bis ins Land schaffen oder so dieser klassische Moment mit, ich schaffe das noch bis dahin, auf einmal ist eure Stamina alle. Könntet ihr dem Dino dieses Essen geben? Und solange er sein Food nicht voll hat, wird dieses Essen ihm Stamina regenerieren. Und hier kommt halt der Knackpunkt. Eure Dinos bekommen ja kein Food von diesem Essen, wenn ihr ihm etwas zu trinken gebt. Wird einfach nur euren Wasserhaushalt nach unten senken, aber Dinos haben so etwas nicht. Demzufolge geht euer Food nach und nach runter und das Essen dieser extra Buff bleibt aber permanent bestehen, solange euer Dino jetzt kein Fleisch ins Inventar kriegt und irgendwann wieder sein Food voll hat. Das heißt, ihr könntet ihm jetzt das ganze Fleisch rausdroppen, einmal so ein Rezept reindrücken und schon hat er permanent einen gewissen Ausdauer-Regenerations-Buff. Und das kann auch im PvP ausschlaggebend sein, ob euer Dino einfach öfter spinnen kann, öfter grappen kann, irgendwelche Interaktionen machen kann, als euer Gegner. Dahingehend finde ich diese ganze Aktion ziemlich nice. Der letzte und ja, doch erwähnenswerte, ein guter Aspekt ist in meinen Augen halt auch einfach, diese ganzen Rezepte geben euch langfristig gesehen halt einfach mehr Nahrung, mehr trinken und wiegen weniger. Das heißt, ihr könnt damit auch enorm viel Gewicht reduzieren. Ihr müsst euch nicht mehr hunderte Bären reinpfeifen, sondern fordert einfach nur einmal so einen Burger. Ihr müsst auch nicht mehr 200 Fleisch mittragen, sondern habt dafür halt, keine Ahnung, nur noch 20 mal diesen Burger und spart dadurch euch einfach Gewicht. Das ist im Endeffekt auch der komplette Vor- und Nachteil dieser ganzen Essen. In meinen Augen eine mega nette Abwechslung. Ich persönlich werde es mir versuchen anzugewöhnen, zu nutzen, weil ich bin der Meinung, auch wenn es nicht viele Stats sind, aber minimal bessere Stats zu haben als der Gegner kann in gewissen Situationen schon mal zum Sieg führen. Demzufolge werde ich mir versuchen anzugewöhnen, öfters eigene Rezepte zu erstellen und diese dann auch zu nutzen. Ich hoffe, dieses Video war für einige informativ. Wenn ja, lasst doch gerne ein Follow oder ein Like da, gerne auch einen Kommentar für den Algorithmus und ansonsten haut rein. Euer Finch, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.